Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Diesmal wollen wir Potata anzocken. Ich bin mal gespannt. Ich werde das in 4K hochladen, so wie ich es jetzt hier aufnehme, so wie es von der Playstation kommt. HDR hat es nicht. HDR steht bei mir aus. Ich werde kein Intro, kein Outro machen. Ich nehme es mit einer hohen... Doch, hat es gerade. Oder was? Wollt ihr mich verarschen? Das hat HDR. Also HDR ist gerade angegangen. Aber ich weiß jetzt nicht, ist das jetzt ein richtiger HDR oder... Hat der Monitor jetzt nur von sich aus gesagt, ich emuliere HDR? Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht. Also mit HDR sieht es auf jeden Fall schöner aus. Keine Ahnung. Also die Infos sind hier angegangen HDR. Aber ich nehme halt nicht mit HDR auf, weil das geht nur ohne Kamera. Oh, wieder alles Englisch. Ist doch nicht. Also ich habe einige Sachen gehört, das ist wohl sehr spannend, sehr gut gemacht sein soll. Und ein bisschen spannend und... Nicht High-End Grafik, aber das ist gut gemacht. Oh, echt nicht euer Ernst. Nicht euer Ernst. Toll, ich kann Russisch. Ich denke, dass es Russisch ist oder Polnisch. Scheiße. Musik und Sound sind ja schon angepasst, aber ich habe hier noch nichts gemacht. Okay. Naja, dann wird es ein Quo-Zet angesorgt. Weil ich weiß schon, wie das ist. Dann ist das wie bei den meisten englischen Sachen. Dann komme ich irgendwann nicht weiter. Ich kann jetzt auch komplett über... Also ihr könntet natürlich, wenn ihr Englisch kennt, könnt ihr das machen, aber... Für mich bringt das jetzt nichts, weil... Ich kann kein Englisch. Also von daher ist das für mich... Aber süße Macht ist es. Also Grafik sieht oh ganz gut aus. Wenn das jetzt wenigstens noch in Deutsch wäre, aber... Ich komme wenigstens raus. Aber es ist alles nur geraten. Wie gesagt, ich... Aber du hast, ich nehme viel an Hunt, aber diese extraordinary sodass. Dann decisions nur, weil das sie Menschen in Augen façon, aber es macht us learnomer nicht nur bueno, Und zwar hier? Ja, ist Wesley. Dann ging es auch einfach sicher. Ich habe meinen Englisch 400-Lig als ich... Und zwar in der Zusammenhang' wenn ich jetzt mache, was Basisch weiter und acidic schwierig hast. Und zwar mit mir schwer gemacht. Denn wir beide machen Bien backyard. Ich habe dabei. Bis zum nächsten Mal. Ich nehme an in dois und dann wünschen mir. So ein Anischtort mich verletzen kann irgendwie. Die Musik ist auch gut gemacht aber wie gesagt es ist leider englisch oder russisch oder polnisch. Ich weiß nicht was das ist meine frau aus polnisch muss ich mal fragen muss ich immer die zeigen was da steht. So ein Anischtort. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe keine Ahnung, was die von mir wollen, Leute. Es hat keinen Sinn. Es ist wirklich süß gemacht. Es ist wirklich ein kleines Schnuckli-Spielchen. Ja, nicht abzustreiten. Aber wenn man nicht weiß, was die von einem wollen, dann hat selbst das schönste Spiel keinen Nährwert. Also für mich auf jeden Fall optisch und Sound gut. Kann man schön spielen. Dass es nur Englisch ist, ist ein mega Nachteil. Oder russisch oder polnisch oder so, was noch zur Auswahl ist. Also, ja, bildet euch eure eigene Meinung. Also, wenn das jetzt deutsch wäre, hätte es mir bestimmt mehr Spaß gemacht. Und dann wüsste ich, was ich machen soll. Aber so hat es echt keinen Arsch. Und von mir aus selber kann ich es so nicht empfehlen. Weil, wie gesagt, es ist halt nur Englisch oder polnisch oder russisch. Schade, aber ist halt nun mal leider so. So, das soll es dann auch wieder gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen werden. Träumchen, wir sehen uns im nächsten Video oder Livestream auf Twitch. Link in der Videobeschreibung. Bis dahin, Ahoi. Sattel, Odin.